Da war wohl jemand auf der anderen Seite. Du musst ihn extraktieren. Schlaf. Der wird gleich einpennen. Das reicht mir schon, wenn er einschlägt. Schlaf. Schlaf. Okay. Und der schläft auch. In 3, 2, 1, 1, 1, 1. Während ich seinen Kumpel rausziehe. Das wird ihn gleich sehr wundern. Der schlägt ein. Und jetzt kommt sein Freund. Und der wird auch gleich einschlägt. Der kannst du mir aber mal glauben. Der rennt hoch. Und er schlägt. Wow. Aus dem Einsatz. Und damit haben wir fast die ganze Basis geklärt. Selbst der Typ ganz vorne ist gut. Es schlägt mir aber nur noch ein einziger Typ, der den hier entdeckt hat, der mitgenommen wurde. Soweit ich es weiß, war da noch einer. Welche ist denn jemand? Geh mal ein bisschen weiter vor. Das ist ja echt keiner gewesen. Ich glaube, ich rieche mich da. Da oben doch. Ich habe mich nicht geirrt. Hier sind aber auch keine Tiere. Ich habe mich nicht geirrt. Der läuft hier entlang wahrscheinlich. Der ist da. Habe ich nicht. Ich möchte ihm ein paar Fragen stellen. Ja, Allradfahrzeug. Okay, damit haben wir auch die Basis. Auf jeden Fall, falls irgendwas sein sollte, ich habe genügend Munition. Für andere Waffen. Okay, jetzt kommen wir rein. Oh, ich bin gespannt. Kampfbericht. Mother Base. Zwei Mitarbeiter erholt. Zehn Soldaten. Heimatpflanze. Oh, Informationseinheit, Entwicklungseinheit, aktive Sonat 2. Cool. Läuft viel weiter. Ach ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Das ist nicht. Das ist nicht was wir aufsagritten. Die Veränderungen haben bereits finalisiert. Alter. Es ist noch nicht operativer. Die Remote Piloten und AI-Control haben nicht erreicht. Das ist der Tattoo. Wer sagt etwas über einen AI? Das war Koldmanns Fehler, zehn Jahre vor. Be das wie es möglich ist, wir brauchen die Postural Kontrolle, um einen Piloten zu verabschieden. Ich verabschiede deine Urgenheit. Aber... wir brauchen mehr Zeit, um es zu Ende. Nicht gut. Du planst auf uns verlassen, Doktor? Hä? Was? Ich... ... 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 Alter, was ein Arsch. Was ist der Falsch mit dir? Oh nein, der hat natürlich Schiss. Oh oh. Ich bin in der Schmerz, aber ich werde nicht aus Ihren Ständen sein, Traitor. Ich hoffe, dass deine Freunde dir das kommt. Oh, oh. Oh nein. Das gibt's doch gar nicht. Die rennen natürlich weg mit ihm. Der Typ fährt auch weg. Oh nein. Shit. Jetzt kriegen wir den nicht mehr. Den einen noch den anderen. Und das Riesen, die verschwindet jetzt. Au. Weder das eine noch das andere ist gut. Also wir haben drei große Probleme entdeckt. Das eine ist Emmerich. Auf dem Weg in die Hölle. Hellbound. Und so ist die Mission. Wundervoll. Okay, ich kann die Hilfe noch rausholen. Oh nein. Die Leute brauchen wir nicht. Also der ganze Weg war vom sonst. Ja doll gemacht. Ganz doll gemacht. Jetzt haben wir das wieder gewohlt. Ach manu. Hätte ich einfach durchgerusht und dann wäre alles gut. Bist du was? Wir haben unseren Subjekt. Komm, wir brauchen dich hier. Und überlebe. Ich hole dich nicht zum Spaß. Das sind hier recht viele Unterrichts. Da sind zwei. Da ist mein. Das war mein. Specialist. Ja, wie ist denn das jetzt? Jetzt habe ich ihn. Okay. Meiner kommt nicht. Mein Freund. Und Helfer. Er kommt wohl nicht. Er hat halt bessere Sachen zu erleben. Ich nehme die trotzdem mit. Also auch wenn ich die eigentlich nicht mitnehmen brauche. Nehme ich die trotzdem mit. Eigentlich würde ich das Ding gerne abschießen, aber ihr wisst ja wie es ist. Das schade ich wohl nicht schaffen. Oh. Das ist sehr gut. Abstich. Wow. Glück gehabt. Ich nehme mich alle mit. Aber mein Freund kommt nicht mit. Also mein, 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 mein Heli kommt nicht. Ich verstehe nicht warum. Okay. Das finde ich schon mal gut. Und wir holen die Tüten. Ah. Unser Heli ist da. Das hat aber lange gedauert. Ihr packt das gemeinsam. Ihr packt das schon. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass es klappen wird. Mhm. Oh nein. Unser Unterstützer ist weg. Der hat's wohl nicht gepackt. Das ist wirklich ihm. Boss. Er ist der Kommanderer von Cypher Strike Force XOF. Wahrscheinlich der Mastermind der Attacken neun Jahre alt. Aber ich dachte, er hat nie zieler Partit Wagen. Ich schaue in das. Du fokussst auf die Mission. Okay. Also. Dieser Typ von Cypher ist anscheinend der Oberbösewicht hier. Und das haben wir jetzt, glaube ich, auch so verstanden. Also das ist alles nicht gut. Also wirklich alles nicht gut. Gerade weil dieses große Viech ja wird mal unser größtes Problem sein. Ich nehme jetzt die Leute mal nicht. Okay. Wow. Wir laufen jetzt einfach mal durch. Und dann passt das schon. Ich hoffe, wir schaffen das in einem Zug. Ha. In einem Zug. Ha. Ich war am Bahnhof. Ha. Entschuldigung. Ähm. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt in einem Zug hier ohne Probleme durchzukommen. Weil kämpfen ist jetzt gar nicht mein Ding. Verzüglich. Ich glaube, wir sind in der, achso, wir sind in der Bergregion abgestrichen. Das ist ja okay. Ich bin überhaupt nicht an der Straße long. So, wir rennen eine Runde hier. Wir laufen hier in unserem Home Run. Ich laufe das tatsächlich lieber. Mit dem Pferd, wie gesagt, ähm, könnte ich leicht entdeckt werden. Weil das Laufen ein bisschen schwieriger ist. Ich nehme mal, dass es gewähren wird. Falls Hard auf Hard kommt, kann ich hier wegsnipern. Alter, es ist ein weiter Weg. Nie. Nein. Okay. Doch. Oh, da sind aber viele Leute. Mit dicken Knöten. Ich nehme mal schon mal die Waffe raus. Das sieht so aus, ob ich das hier benutzen muss. Das sieht echt so aus, ob ich das benutzen muss. Ich hoffe, die schlafen alle drei ein. Und ich bestelle mir nochmal neue Muni. Werden nämlich gar nicht mal so schlecht, wenn die einschlafen würden. Erster ist weg. Zweiter ist weg. Lass mir noch so, noch der dritte weghauen. Saugut. Mann, Abgang. Mann, Abgang. Mann, Abgang. Okay. Haben wir die zumindest? Sie müssten eh vorbei. Ne, gut. Das haben wir leider noch nicht. Das kommt noch. Hey, Kumpel. Danke. So. Vielleicht mal konsequent alles mitgenommen. Ich lade gleich mal nach. Sehr gut. Und wir rennen einfach mal weiter. Wie weit haben wir es denn? Okay, wir sind gleich da. Sehr gut. Boah. Das kann aber dauern. Stopp. Da ist irgendwas. Oder besser gesagt, irgendwer. Da vorne sind die. Das sind die beiden Hios. Jetzt. So, die sind auch weg. Das ist auch gut. Sollen sie nicht stören. Ich muss hier was erledigen. Entschuldigung, ja. Ich spitze ja da rum. Vielleicht nochmal zwei mitgenommen, zwei Mal. Oh, aber die haben ziemlich viel gebracht. So, wir scheinen ja jetzt schon da zu sein. Ja, wir scheinen da zu sein. Oh man. Das klingt gar nicht gut. Oh nein. Das wird kein einfacher Kampf werden. Ich sehe schon ziemlich viele Sachen, die so nicht laufen sollen. Okay, nee. Das bringt nichts. Hätten wir es dunkel, würden wir es leicht entdecken. Würden wir die Leute leicht entdecken, aber so. Dann behalten wir nur sowas. Enten läuft mal raus. Ich versuche mich tatsächlich durchzuschleichen. Ohne mit diesen behinderten Dingern da in Kontakt zu kommen. Also, ich habe echt null Interesse. Mit denen zu kämpfen. Wir werden wahrscheinlich aber trotzdem auf Widerstand stoßen. Oh Gott. Also, es wird echt eine Schleichmission. Eine 100% Schleichmission. Einmal rein und dann... Wuschi, wuschi. Was ich so schön sage. Hi Kumpel. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du mich nicht gesehen hast. Analysis complete. Ich bin tot. Okay, ich gehe dem normalen Tagesgeploffen ab. Die da oben stehen da schon bereit. Okay, sehr gut. Der sollte schlafen. Schlaf, mein Baby. Schlaf, du schönes Mal. In deinen Träumen wirst du bald sein. So, jetzt lege ich mich mal kurz schlafen. Hoffen nur, dass er vorbeizieht. Der will nicht schlafen gehen. Dann halt nicht. Dann lass mich in Frieden. Okay, anscheinend sind die gut gerüstet. Die Brusttreffer und sowas mittlerweile. Ich habe gehofft, dass der schlafen geht. Okay, da oben, der wird mich stören. Da oben rechts unter dem Schild jetzt. Der wird mich doch nochmal stören müssen. Den schaffen wir aber auch noch weg. Könnten wir den finden? Nein, könnten wir nicht. Noch einer, der gefunden wurde. Karteninfo wurde aktualisiert. Das ist nicht gut. Das heißt, wir haben neue Kieken. Und dann mit dem Kopf. Und dann mit dem Kopf. Oh, der kommt trotzdem vorbei. Er wird wohl in unsere Richtung kommen. Okay. Zwei werden sie kommen. Ah, ich glaube, die haben schon alles gerochen gerade. Okay, der Erste schläft. Und damit hat es sich auch. Ich werde ihn ich werde hoffentlich nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Und wenn, dann hoffentlich nicht nur Gutes. Nee. Alles gut. Ich hoffe, er lässt ab. Ich hoffe. Das sieht gut aus. Aha. Ich bin jetzt fertig. Okay. Ich hoffe, er wird nur gucken gehen. Oh nein. Sie haben sich abgemeldet? Äh, ich habe mich nicht abgemeldet von nichts. Ich bin ein Ich bin ganz autark. Die werden irgendwann fragen. Die werden irgendwann sagen, bitte melden Sie sich. Und dann werden wir aufgeben. Okay, wo mag Emmerich jetzt sein? Roland Emmerich jetzt sein. Da hinten ist was zusammengestürzt. Ich glaube, wir finden sowas, was wir suchen. Okay, da vorne ist noch so ein Typ. Hier könnte jemand sein. Wir müssen mal vorsichtig. Hi. Okay, die sind wohl sehr wachsam gerade. Na ja, die werden gleich suchen kommen. Er läuft über die andere Seite. Was mich höchstens sehr erfreut. Jetzt muss ich ihn ausquetschen. Hey, Kumpel. Ich habe mal so eine Frage an dich. Danke. In welchem? Da vorne. Okay. Ich wurde nicht entdeckt. Ich bin sehr froh darüber. Ich bin sehr, sehr stolz darüber. Ich bin sehr, sehr stolz darüber. Das heißt, wir müssen über den großen Platz hier. Angst zu werden, tatsächlich. Vorsichtig. Leise, leise, leise. Reise, reise, leise. Gute Nacht, Schätzchen. Ich nehme dich mit. Bitte, naja. Leider wurde ich, wie gesagt, bisher einmal... Oh nein. Ich laufe hier lang. Okay, die haben sogar noch einen Scharfschutz. Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Wo mag denn der Scharfschutz so sein? Ich sehe ihn nicht. Ja, wo mag er denn sein? Fuck. Ohne um den Kopf. Oha. A plus plus. A plus plus. Den würde ich gerne haben wollen. Aber so wird das raus. Ja, 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 ja. Der Typ muss runterfallen. Der fällt. Sehr gut. Das war mir das Wichtigste, dass der Typ runterfällt. Da hinten ist der Scharfschutz. Hi, Kumpel. Tschüss. Genau jetzt ging mir das aus. Supplies, Supplies. Oh, fuck. Du bist eingeprennt. Kannst du keinem erzählen. Alter. Als ob das gerade... Alter. Kannst du mir... Kannst du keinem Menschen erzählen. Genau in dem Moment, wo der mich entdeckt hat, passiert genau das, was ich erhofft habe. Kannst du noch was runterhauen? Kannst du noch was runterhauen? Danke. Tschüss. Alter. Leck mich, feto, garando, popo. Hier muss Emmerich sein. Subjekt an Bord. Lege das Rest zu uns. Okay. Hier ist nur Emmerich. Hoffentlich. Uiuiuiuiui. Uiuiui. Und der hat eine laute Pistole sogar nur dabei. Was ist los mit ihr, Snake? Was hast du falsch gemacht? Oh. Ja, natürlich nicht. Aber... Was bist du? Doch. Untertitelung des ZDF, 2020